Surah 92, El-Layl, die Nacht, offenbart zu Mekka 21, Ayat. Im Namen Allahs des Al-Abamas des Barmherzigen, bei der Nacht, wenn sie zudeckt, und beim Tage, wenn er erstrahlt, und bei dem, der das Männliche und das Weibliche erschaffen hat, wahrlich, euer Eifer ist verschieden. Jener aber, der gibt und gottesfürchtig ist und an das Beste glaubt, dem wollen wir den Weg zum Heil leicht machen. Jener aber, der geizt und gleichgültig ist und das Beste leugnet, dem wollen wir den Weg zur Drangsal leicht machen. Und sein Vermögen soll ihm nichts nützen, wenn er zugrunde geht. Wahrlich, uns obliegt die Rechtleitung, und uns gehören das Jenseits und das Diesseits. Darum warne ich euch vor einem lodernden Feuer, in dem nur derjenige brennen wird, der unselig ist, der da leugnet und den Rücken kehrt. Geschont von ihm wird derjenige sein, der gottesfürchtig ist, der sein Vermögen hergibt, um sich zu reinigen, und nicht als Gegenleistung für erhaltene Gabe, sondern im Streben nach dem Wohlgefallen seines Herrn, des Allerhöchsten, und er wird wohl zufrieden sein. Amen.